Ich lerne Deutsch. Nummer 10761 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Möchtest du auch Kokosmilch trinken? Du kannst meinen Strohhalm benutzen. Wichtig für eine klare Kommunikation ist die Fähigkeit, sich auszudrücken. Wichtig für eine klare Kommunikation ist die Fähigkeit, sich auszudrücken. Betrachten wir noch einmal die geplante Aufstellung. Gibt es dazu noch Fragen? Betrachten wir noch einmal die geplante Aufstellung. Gibt es dazu noch Fragen? Wenn du willst, kannst du mir helfen, den Teig zu kneten. Wenn du willst, kannst du mir helfen, den Teig zu kneten. Die Schubkarre steht vor dem Geräteschuppen. Du kannst sie dort abholen. Die Schubkarre steht vor dem Geräteschuppen. Du kannst sie dort abholen. Die Schubkarre steht vor dem Geräteschuppen. Du kannst sie dort abholen. Unsere Fußballmannschaft hält immer zusammen, egal was passiert. Für unsere Haustiere kann man viele nützliche Dinge kaufen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Und gleich bitte auf den Erwartungen. Der stirred in der Wirklichkeit ist ein Aufstellung. Und dann ist es dann so, die Schubkarre steht und die Schubkarre steht. Und dann ist es. Vielen Dank.